Joschi! Ja? Wann misst du denn den Rasen? Ja, ich muss die Schule noch fertig machen. Schön! Ja, was? Jetzt gehören Sie kommen, die Waffe, wenn sie was machen sollen. Ja, ist fisch. Sag mal, was heißt das zweite G? Was? Nichts. Also, nein, gar nichts. Das ist so, das ist wie beim Pippi King. Pippi King? Ja, der Pippi King. Der Neger, der Plus-Neger. Das heißt auch nichts bei dem. Das kennt aber Pippi Plus-Player oder was vielleicht. Aber zum Beispiel bei dem, dem Chichikell, heißt das sicher nichts. Also, ich glaub, den kenn ich auch nicht. Was? Echt? In Chichikell? Inge, du musst nur so viel lernen, wirklich. Der berühmt, der Chichikell, der mit dem Kokain. Und wer weiß, jetzt, wenn meine Russen ein bisschen laut sind, vielleicht kommen wir mit dem Chichikell ins Geschäft. Was bitte? Was hast du was, bitte? Mit dem Chichik? Ach so, wie ein Kokain. Nein, das Lierl von dem heißt. Kokain, das gehst du. Kokain, das gehst du. Nein, keine Angst. Also, mein Westen ist schnell weiß, gell. Seid nur bitte vorsichtig. Ja, man hört so viel von der Russen-Mafia. Gell? Eine Russen-Mafia, bitte. Heutzutage in der Pop-Brasch, in der Internationalen, kannst du da keiner mehr Linke leisten. Und meine Russen sind wirklich im Prinzip nix anders, als die normale Konzertvermittler international. Und wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, dass die auch die Beatles Revival-Band, und ich spreche ihr von den Beatles, die der Vertrag haben, sagst nix mehr. Nein, da sag ich wirklich nix mehr. Eben. Und ich bin ein Ort, der jetzt so ein Super-Mittler bin, weil die ja nicht alles allein machen können, die Russen. Super! Na gut, Hauptsache, du hast eine Freude daran. Ja. Okay. Mein Hund schon nix mehr, aber ich bin eine Freude, nicht? Also, weißt du, Joshua, du bist manchmal wirklich wie ein kleines Kind. Ja, vielleicht ist das das, was ich so gerne mache. Ja, ich glaube, dass andere Sachen auch gerne so an mir, nicht? Das ist schon möglich. Das ist schon möglich. Was müssen wir zwei jetzt machen? Ich geh was einkaufen und du misst mir bitte den Rasen, okay? Ja, ich weiß nicht, was ich lieber darin. Danke. Bitte. Ich kann nicht dimentich, wie ich das boxe.